Nein, das ist gut hier. Ich bin immer dabei. Oh, ich bin jetzt schon nervös. WTF? Ich krieg's Kazu... Ich krieg's Kazu. Ich krieg's. Ich krieg's Nervöder. Warum hab ich's getroffen? Ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht. Aber du hast auch den Hongo dabei. Was ist das? Ich krieg's für den Trottel. damit so richtig das Das ist schlimm. Oh ja. Ja, Wasser. Hier drüben ist eine Menge Blut. Die war gut, die die Toten. Die verraten ich für die Toten. Warte, aber wir müssen gucken ab. So war sie gewischt. Ha! Wir sind da wo ich sonst mal durchgelebt bin. Wir müssen vielleicht nachher noch spielen, dann haben wir sie vielleicht alle gut abgesammelt. Ähm... Drei? Ah. Okay. Aff. Wir können schon vier schauen, was ihr könnt. Hä? Ihhh... Klemme schlubb. Okay. Okay. Boah. Ich werde das nicht selber verteidigen. Neeeeee. Ich gehe aus. 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 Wir haben einen Anrufer mit Infos zu den Chemieangriffen. Er will nur mit Ihnen sprechen. Identifizieren Sie sich. Mac. Hier ist John. Wir mussten diese Woche viele Namen an die Kirche umschreiben. Es war Makarov. Der Bastard ist mir in Sierra Leone durch die Lappen gegangen. Was weiß der MI6? Du stehst auf allen Abschlusslisten schon. Ich kriege dich da auf keinen Fall runter. Das will ich nicht hören. Du schuldest mir noch was wegen Pripyat. Denk daran. Ruhig, Blut. Okay. Wir haben den Frachter zu einer Einheit in Bosaso, Somalia verfolgt. Gehört einem schmierigen Kerl namens Varade. Ich habe hier schon alle Hände voll zu tun. Du bist auf dich allein gestellt. Viel Glück. Wie sind die geschützt? Alles zweite Garde. Lokale Schützen bewachen die Anlage. Wir fallen auf wie bunte Hunde. Still und leise läuft er nicht. Dann treten wir eben die Vordertür ein. Nikolai soll seine Leute bereit machen. Beeiligt, dann können wir Varabe schlappen bevor er abbraut. Der Sonnenstrom kommt schnell näher. Wir haben noch einen Versuch. Bravo Team, geh dir das Tor vor! Der das die Missionen, wo ich ähm... oft verloren will. Nikolai, heizst du sie in einem Kittel los! Züge, fahr raus! Angriff! Angriff! Dieね Sérieux!? Ich geh' nach Soap... ...ich question die Waffeengo. da kommt der kinder sein akam hat analo cool okay dass den sie mir office gehen das moment die heute in der spank geht an die heute riva und dafür zieht die mensch dort verzieht das ist nicht so genau das was ich gerne hätte Kreis, das Fernlenkgeschütze ist online! Fahrzeug ausmachtliche Richtung! Okay, wenn ich mich beschützt, dann... ... geht es weiter! Unter Schuss! Fahrzeug zerstört! Ich bin vielmehrer Abschütze! Das war's! Das ist schon alles, heute hier schon frei! Fünf Fliniger! Es kommen mehr Gegner aus den Gewalten! Und Deggers! Und gemacht! Okay! Juri, steil nicht! Wir müssen Parade kriegen, bevor er verduftet! Weitere Truppen im Anmarsch! Doch, das ist genau die Haltung! Oh, fuck! Den nervt die Truppen! Den nervt! Wir müssen hier ran! Wir müssen hier ran! Genau der, das habe ich gemerkt! Die nervt mich gehirrlos! Dann, die ganze Spiessroute läuft drüber! Und die geht heftig! Die Mission! Wir müssen hier ran! Komm, ich versuch's schon mal hei! Okay! Okay, folgen! Okay! So geht's mir einfach wie Wuschlöschkes! Wie gespielt hat! Uuuuh! Es geht auf weiter, dass die Höhlen! Uuuuh, ja! Keine Angst! Du, Mensch! Du, Mensch! Hat mir wahrscheinlich ein Kappes probiert und trainiert, gell? Juri, setz das Fernringgeschütz ein! Okay! Heilige Scheiße! Die LG ist zerpetzenlos! Juri, schalte diese... ... 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 Sie werden verstören, gut gemacht, Juri. Gottgemacht, sehr gut getroffen. Arbeiterfeuern. Meldivriere, schön nach einer Runde. Bravo, Team. Mit der Sicherung, Juri, Soak, finden wir die Rappel. Okay, die Doten. Das können wir filmen, wir einfach hier, wie Laschke jetzt. Und scheitern. Und was da war? Das war mein Stock. Ich seh mal, bei Nixke, ja, von mir, Tshisikowski, aber...